Hey Leute, was geht ab euch und willkommen hier zu einem weiteren Tops Premier League Orakel und heute heißt es hier um 18.30 Uhr am 33. Spieltag in der Premier League wo Chelsea eigentlich eh schon Meister ist Southampton gegen Manchester City 4 Stickertütchen sind wieder am Start und ich Orakel heute mit diesen 4 Stickertütchen diese Partie und ich würde sagen, ich starte einfach mal mein Tipp ist, dass ManCity gewinnen wird auswärts ich sag 1, 2, was sagt ihr? Schreibt es bei uns in die Kommentare die richtigen Tipps werde ich natürlich wie immer Freitag um 18 Uhr in der Serie Orakel-Writet einblenden ich starte mit Roberto Firmino André Gray Benteke Bufal als Starspieler 2-0 oh mein Gott Bufal hier mit einem Doppelpack Leute was ist hier bitte schön los was ist hier bitte schön los Southampton führt gegen Pep Guardiola mit 2-0 Crystal gegen Zaha Bufal mit dem Headtrick das gibt es ja gar nicht 3-0 erst Starspieler Bufal und jetzt Portrait Sticker Bufal Farn Arnold von Sunderland und das heißt zur Halbzeitpause steht es 3-0 für Southampton also wenn es so in echt ausgeht, dann weiß ich auch nicht dann presse ich den Besen so Swansea wir starten rein in die zweite Halbzeit Norton Boruk Morison Van Dijk 4-0 Southampton, Southampton, Southampton also die haben heute wirklich Blut geleckt hier am Tore schießen kann man so quasi sagen ein gutes Sprichwort hier Mark Noble Westam Mustafi Kane Cesc Fabregas und Jamie Vardy Man City bleibt torlos 4-0 Southampton Leute werdet damit gerechnet morgen geht es weiter mit der Premier League auch natürlich mit der Bundesliga La Liga wieder alles am Start wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder haut da rein Tschüssi